ja scheiß auf ihn das halt sobald zwei brüste und ein schlitz alter und er wird richtig feucht in der buchse schon die ganze zeit zu gewesen natürlich nicht also ich wollte sie nicht wäre ich ja ich bin ein treuer mensch weißt du keine ahnung warum ich will die nummer nur von dir ich glaube ich habe mir gefragt wo live entweder ist ich habe sie nur gezeigt sie wollte meine nummer ich habe sie nicht gegeben jessica jessica kommen rüber jessica die nummer genommen siehst du ich kann ich kann enrico stimme überlegen was wir uns jetzt verlieren während wir den überfall machen so müssen sie irgendwie komplizieren dass ich vorschlagen dass wir jetzt die nummer ja aber ich weiß nicht ich habe kopfschmerzen dann werde ich aus dem funk geworfen oder sowas zwangsmaße zwangsweise zwangsweise schlaf und dann habe ich den funk immer vergessen kann ja alles passiert ja ich würde sagen wir tauschen nummer habe ich habe den namen schon eingetragen du musst nur noch die nummer sagen jetzt lass mich nicht drückt mal den f1 muskel ich zeigte ein zaubertrick ja sie ist da oben und unten unten rechts ist eine einstellung ich glaube das ist gar nicht bei mir doch 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 das ist ich drück drauf warte was hast du gehört können wir gerne machen du schlägst frauen ja so ein ding ist es ja wir sind schon mal im scheiß ich bin sehr vieler falsch übergegeben ist der name wieder gewesen fatma jessica jackie verdammte scheiße spaß ich hab den namen nicht vergessen naja ich habe schon aufgeschrieben alles gut nein so frage jetzt verdammte scheiße stimm ich hab ihn mal einen haken jetzt ich will dich testen jean mit j geschrieben ich weiß ich weiß ich habe ich bekommen habe ich ich sehe ich da gerade den lukas auf dem handy wissen dass das mit zu den anderen gesellen wird es sein mhm enrico also jetzt mal ehrlich hast du aufgereist jessica jahwala die wird mir immer sympathischer äh leute kann ich einfach mal irgendwie mit ihr also ich also du musst halt wissen sie wollte meine nummer aber ich habe ihr sie nicht gegeben weil ich dachte mir du bist die einzu ein 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 du hörst dir selber zu oder du weißt was für ein bullshit du da gerade redest ne ne ich rede nicht bullshit sag dir das es war doch so es ist so passiert schaust sie ist ja ich ich habe ich sagte ehrlich ich habe nach vierten klasse in rica sonst können ja was soll ich machen ich muss mich auch irgendwie die handjob und so oh jetzt ist das oder hier leute es ist nur nach november von daher reden siehst du nicht ruhig komm ich nehme dich bist du schon wieder besoffen jessica ich packe dich in die teile also gehst du jetzt oder wie jessica warum nennst du mich jessica spaß ich wollte dich testen ich weiß schon mittlerweile ihren namen ich wollte dich testen ja ja bei mir ja oh gott ey da kommt der bei je mit der gleichen masche an enrico er ist besoffen lass mich mal noch ein bisschen aufsicht du bist besser 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 als 1 wo sind wir mir die reinschrauben zwei nummern na nimm doch einfach ein und kopier die denn hast du zwei stimmt gute idee am besten für deine eigene wir sind ja wir sind ja noch besser wir sind ja drei kräber zwei mädels ich bin leider zufrieden mit gin tonic du kannst doch noch du kannst doch nicht beiden erzählen dass die die einzige sind wenn die ineinander stehen jo was wen erzähl dich was alter oh gott ey es wird immer schlimmer er hier du doch nicht er hier er will wen aus eisen haben nicht sie hat mir auch eine falsche nummer gegeben also alles gut ja hat sie ja sechs mal die sechs und so du weißt doch geil was halten wir davon wenn wir jetzt den bummsbus rausholen alter ein paar leute äh 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 um ihren geld äh ach sie guck mal ich hab sogar ein tattoo ey alter jetzt geh mal weg alter ich hab auch tattoos und was zeig mal ich will sehen ich seh gerne tattoos siehst du doch siehst du doch meine tattoos ne ich siehst du nicht du musst glaube ich dein oberteil aus ich kann auch gerne noch weitermachen aber ja ich war aber auch kurz im bummsclub äh bummsclub ne bummsclub ne ja ich war immer bummsclub ne was wir holen denn wir holen die bummsclubs herz ja man alter ja die soll keinen wie du ne 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 ne